Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zusammen mit der Max-Hawela-Stiftung engagiert sich GOB seit längerer Zeit für fairen Handel mit den Produzenten aus der dritten Welt. Produkte wie Kaffee, Schokolade, Honig und Tee, die Sie in unseren Läden kaufen können, und an diesem Label erkennen, sind das Resultat dieser intensiven Zusammenarbeit. Nach aufwendigen Vorbereitungen und Verhandlungen mit den Produzentenorganisationen gibt es bei GOB seit ein paar Wochen auch Bananen von GOB-Erasion mit dem Max-Hawela-Gütesiegel. Die Max-Hawela-Banane kommt aus Ecuador, wo die klimatischen Bedingungen für den Anbau ideal sind. Im Unterschied zu anderen Herkunftsländern gibt es dort nicht nur Plantagen, sondern auch Kleinproduzenten, die auf regelmässige Abnehmer für ihre Früchte angewiesen sind. Denen Kleinbauern und Plantagenarbeiterinnen und Arbeiter garantiert Max-Hawela-Existenz-sichernde Preise, direkten Zugang zu den Märkten und eine Fairtrade-Prämie für Verbesserungen im sozialen und ökologischen Bereich. Wie für alle unsere Produkte aus der dritten Welt mit dem Max-Hawela-Gütesiegel, gilt nämlich auch bei den Bananen der Grundsatz, dass auch die profitieren sollten, die die Arbeit verrichten. Mit dem Kauf der Bananen von GOB-Erasion verhelfen sie den Bananenbauern und Plantagenarbeiter in Ecuador zu einem gerechteren Lohn. Ein ganz anderes Thema jetzt im Markenfenster. Dort geht es zum ersten Mal um Erfrischungen. Feines oder empfindliches Haar? Die Innovation von L'Oreal gibt ihrem Haar mehr Fülle. Das neue Elsev-Shampoo mit Ceramid R. Ceramid R dringt in die Haarfaser ein und kräftigt sie im Inneren. Ja, wird kräftiger, fülliger und glänzender. Neu Elsev-Shampoo von L'Oreal Paris. Innere Kraft. Mehr Haarfülle. Das neue Elsev-Shampoo ist jetzt bei uns im Rayon Körperpflege erhältlich. Wenn Sie den nächsten Tag bei uns einkaufen, werden Sie in der Abteilung Früchte und Gemüse den köstlichen Charentain-Melonen aus Frankreich begegnen. Wir offerieren sie Ihnen zum Aktionspreis. Und Armin Amrain hat sie ausgesucht für ein unwiderstehliches Rezept. Und erst noch einfach zu machen. Die Melonenhälfte sind gefüllt mit marinierten Gravettes. Grüezi miteinander. Melonen halbieren oder noch hübscher, sternförmig schneiden und die Kerne rauskratzen. Dann kleine Kugeln ausstechen. Für die Soße, Mayonnaise, Ketchup und Orangenlikör glattrühren. Orangen- und Zitronensaft beigeben und mit gerasptem Ingwer, Geienpfeffer und salzwürzig abschmecken. Der geschlagene Grahm locker drunter ziehen. Vor dem Servieren Melonenkugeln und Gravetten mit der Soße vermischen und die Melonenhälfte damit füllen. Stangensellerichraut passt gut zum Garnieren. Lustig geworden? Dann gibt es nur noch eines. Ausprobieren, solange es die Charentais-Melonen in eurem Co-Bladen noch so günstig gibt. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Lustig macht sie heute hoffentlich auch Dong Guali mit seinem Angebot von Interdiscount. Mit der Kompaktkamera Garena SuperZoom 110. Ein neues Topmodell zum Superpreis. Mit ihrem 110 mm Zoom-Objektiv kommen Sie näher an Ihres Lieblingsmotiv hin. Autofokus und der Schnellverschluss garantieren jederzeit gelungene Schnappschüsse. Und mit dem Selbstauslöser kann man gerade seine Haltung noch selber kontrollieren. Die Kompaktkamera im trendigen Design und Metalllook offeriert Ihnen Interdiscount jetzt zum ID-Preis von 248 Franken. Und noch mehr starke Ideen finden Sie im neuen Interdiscount-Prospekt in Ihrem Briefkasten. Sparen können Sie auch, wenn Sie sich vor dem Posten über unsere Aktionen informieren. Jetzt wäre gerade eine gute Gelegenheit. Ein knuspriges Kiburgerli kommen Sie für 1,10 € über. Alle Coupes Chantilles von Gaube im Duopack kosten 1,25 €. Fixies Hösliwindeln Ultra Dry oder Extra Class Boy & Girl gibt es als 3 für 2 22 Franken günstiger. Ausserdem offerieren wir Ihnen den Reisefühn Satrap Sporting 1250 10 Franken günstiger. Auch einen Preisabschlag haben wir diese Woche. 1,5 Liter UHT-Milchtrink kostet ab sofort nur noch 2,20 €. Und im Gaube-Restaurant können Sie, wenn Sie Lust haben, ein Schweinscourt-en-Bleu mit Pommes frites und Rüeblis für weniger als 10 Franken essen. Bananen haben wir Ihnen heute vorgestellt. Zum einen fairen Preis für die Kleinbauerin in Ecuador. Heute in einer Woche können Sie mit unserer Reise nach China machen. Zum einen fairen Preis für Sie. Bis dann, auf Wiedersehen und einen schönen Abend.